Hier drinnen herrscht ein Klima, der entspannt. Das ist ja auch ein Kurwatz. Und trotzdem muss man wachsam bleiben. Außer Ihnen gibt es hier drinnen wohl kaum eine Bedrohung. An allen Ecken lauert die Gefahr. Das Wasser, gerade das Thermale, kann der beste Freund oder der schlimmste Feind uns sein. Und ich hier räume, bis in die Sitzhaltung und einatme. Oh, so kurz verhangen. In Ihrer Banewanne würde Sie gern tun und lassen, was Sie wollen. Das hier ist meine Wanne. Hier habe ich was sagen. Soll man die Bane-Meister-Oberfläche mal ganz nah anziehen? Wunderlich gut. Könnt man auch hier den Sprung entdecken schon? Das Kur-Bahn ist der Ort der Wiederaneignung des Körpers. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020